2022 ist bis jetzt das schwierigste Jahr für uns. Bevor ich euch erzähle warum, schreibt uns gerne mal, wie euer Jahr so war. Denn es ist ja schon fast wieder vorbei. Anfang des Jahres war gerade unsere letzte Wohnung fertig und im Frühjahr haben wir dann erfahren, dass wir leider ausziehen müssen. Wir haben uns also auf Wohnungssuche gemacht, aber nichts gefunden und uns deswegen dann entschieden, für einige Monate ins Ausland zu gehen. Im Oktober haben wir dann aber gemerkt, dass wir wieder ein Zuhause möchten. Also sind wir wieder auf Wohnungssuche gegangen und waren wirklich fast jeden Tag bei Besichtigungen. Klingt so easy, ist aber einfach mega anstrengend. Es gab nur eine einzige Wohnung, die wir wirklich gut fanden und die liegt 100 Kilometer entfernt von unserer eigentlichen Heimat. Kleiner Tipp, in der Stadt steht der höchste Kirchturm der Welt, vielleicht wisst ihr ja, wer hier gemeint ist. Nach drei Wochen Möbel schleppen, Möbel aufbauen und so weiter ist unsere Wohnzimmer endlich fast fertig. Ich weiß nicht, ob es gut gelungen ist, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr mehr von der Wohnung sehen wollt, dann schaut in unserer Story vorbei.